Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Ja, ich hab absolut keine Ahnung wo wir sind, wo wir waren. Wir haben uns gar nicht mit Tiffany getroffen. Ne, Quatsch, oder? Hä? Ich weiß es nicht, ne. Ich hab keine Ahnung, was sagt denn unser Telefon? Tran. Nein, den Tran, den rufen wir jetzt nicht an. Vielleicht später mal. Was haben wir denn hier? Beweiskette. Ja gut, ne. Ich glaub wir waren in der letzten Folge bei dieser Nicht-Ping. Aber ich weiß das gar nicht mehr, das ist viel zu lang her. Egal, wir nehmen jetzt unser 600er Coupé. Auch wenn das nur 185 Meter entfernt ist. Ich wollte erst Kilometer sagen, das wäre aber falsch gewesen. Da, hören wir trotzdem noch ein bisschen... Ha, was haben wir denn? Hallo? Ja, eins weiter. Trivium. Alles klar. Trivium war so eine nordische Band, ne? Also sowas wie Sabaton oder sowas, ne? Es kam doch irgendwie so... Irgendwie so da oben, so Schweden, Norwegen, irgendwie... So war das doch, oder? Jetzt hassen mich wahrscheinlich alle Trivium-Fans, aber ich weiß das nicht. Tut mir leid. Ich sitze auf meinen Kopfhörern, seh ich gerade. Ja, das war's. Du bist okay? Nein, ich bin in big trouble. Ich wirklich brauche deine Hilfe, bitte. Was ist falsch? Es ist... Es ist... Eine Räume? Ja. Charlie hat mich in meine Pürze für ihn. Er hat nicht die Kopp gefunden, so er hat mich zu holen. Und jetzt ist er weg, und ich weiß nicht was zu tun. Charlie? Er ist eine von Dog-Eyes Leuten, richtig? Ja. Und du hast es, richtig? So, in a way, the gun is yours too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's a... That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Richtig, die hat uns angerufen. Ah, deshalb kam ich da auf Tiffany. Alles klar. So, jetzt rufen wir mal der Raymond an. Ja. Guten Tag. With Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog-Eyes men. Do you know Charlie Peng? Wait, how did you get Charlie Peng's gun? Never mind. Can you use it? Alright, Mimi. Come on my way. Mit Raymond, wir werden da über Funk von North Point treffen. Alles klar, aber wir schalten jetzt erstmal wieder um. Weil irgendjemand immer unser Radio verstellt. We still unknown. Ja, göttlich. Oh, ist das schön. Oh. Oh. Ups. Da werde ich doch schon wieder feucht in der Hose, wenn ich schon höre. Ach, so schön ist das. Das ist der Wahnsinn. So. Ich kann das nicht nahe machen. Das ist blöd dafür. Aber je wüsst du, das Gitarren-Sola am Anfang. Das ist super. Nein! Oh. Genau. Oh, Drew? Was machst du hier? Wo ist Raymond? Das ist etwas, das ich persönlich zu handeln wollte. Hast du Charlie Peng's Waffe? Ja. Ich bin sicher, dass du merkst, dass die Waffe etwas von Rarität in Hongkong sind. Nicht wie in den USA. Diese spezielle Waffe ist ziemlich wichtig. Also, wer ist der Tod? Alles klar, wir kriegen unsere erste Waffe. Okay, bist du bereit? Alles klar, mit den R-Tasten. Also, mit den Zweier-Tasten. Es gibt ja auch manche Spiele, da muss man das mit den... Hallo? Da muss man das mit den L1 und R1-Tasten machen. Und es gibt manche, da muss man das mit den Zweier-Tasten machen. Okay, hör'n. Es ist einfach. Wir müssen den Kampf wiederkreuzen. Alles klar. Den Fernseher. Und das Licht. Nice. Einige Schüsse blind feuern, alles klar. Puh, 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 puh. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Dann... Du. Und du. Schläge mit einem Sprungschuss. Ich liebe den Sprungschuss. Bäm! Äh, wait, 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 wait. Ganz ruhig. Oh, zwei jetzt. Oh, das wird nicht einfach. Ah, shit. Ah, das hat gezählt. Ah, ich hätt' jetzt nicht gedacht, dass das zählt. Muss ich alle Reifen zerschießen. Ich hab' die Gegend doch gar nicht verlassen. Mano. Oh. Oh. Ihr Wappen, Officer. Naja, nennen wir es mal, ich bin so wie sie. Oh, jetzt kam Be Still Entknown, ne? War das nicht die Verfolgungsherde mit Be Still Entknown? Ich weiß, das war nochmal, also beim Wohlfahrt war das so und ich komme hier gerade gar nicht voran. So, na endlich, beim Wohlfahrt war das so und ich weiß nicht, ob das bei mir auch so ist. Da kam hier diese Verfolgungsjagd los und auf einmal lief da Be Still Entknown, einfach so, ohne dass wir irgendwie Radio umgestellt haben oder so. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so gescriptet ist, aber anscheinend nicht. Schade, weil das war so eine Geile, das war die beste Verfolgungsjagd. Der Verfolgungsjagd im Hintergrund Machine Head Be Still Entknown. Da wird mein Hirsch schon wieder feucht, wenn ich dann höre. Oh ja. Wir haben eben erfahren, dass Mrs. Chews Restaurant angegriffen wurde. Och du Scheiße. Naja. Was heißt, naja. Tipp erhalten, wo Hotshot ist, folgen sie ihm mit dem Truck und verwandeln sie sein Auto. Können wir auch machen. Aber, wie gesagt, wir machen in diesem Park keine Mission mehr. Aber ich will trotzdem gehen auf die Karte gucken, um zu gucken, wo ich gerade hier in der Nähe bin. Ich bin nirgendwo in der Nähe. Das ist super. Wie wäre es, wenn wir noch ein kleines Rennchen machen? Hätte ich Bock drauf auf ein Rennen. Oder wir könnten den guten Trann anrufen. Aber, das könnten wir eigentlich auch mal irgendwann machen. Das machen wir vielleicht mal im nächsten Part, wenn wir dann mit der Mission durch sind und wir haben noch Zeit. Und wir sind gerade nirgendwo in der Nähe. Dann können wir mal den guten Trann anrufen. Alter. Ich muss sagen, das Autofahren in Sleeping Dogs, das ist echt schwer. Holy shit, ey. Ich komme damit gar nicht klar. Ich konnte das mal saugut. Ich habe ja auch die Trophäe. Ich fahre zwei Minuten ohne Fehler. Boah, ey. Ich habe das gar nicht mehr so schwer in Erinnerung. Ja, 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 ja. Alles klar. Bitte kein Motorradrennen, bitte kein Motorradrennen. Oh, thanks God, ey. So, wer von euch hat Bock, irgendwann 600er Coupé zu fahren? Ich habe Bock. Wäre auch cool, jetzt ein Autorennen. So ein illegales Straßenrennen mit Bistillen und Bistillen und in den Hintergrund. Das wäre super. Bitte gib es mir. Da kommt noch gar nichts. Ja, du. Verpiss dich aus meinem Leben. Immer noch nichts. Du verpiss dich bitte auch. Ja, wann kommt denn hier mal Musik? Oh, schön. Verdammte Scheiß. Alter, was ist denn mit Worldrunners los? Das ist ein Musikradio. Kein Laberradio. Hilfe! Oh mein Gott. Dann sind wir tot zu rechts aus der Kalifornien-Band-Devil-Driver. Oh, hi, hi, hi. Fear Factory. Na ja. Ach, das ist schon das Ziel? What? Oh. Habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Oh, scheiße. Ja gut, dann halt nochmal. Na ja, hoffentlich haben wir jetzt direkt von Beginn an gute Musik. Gefängnis ist eigentlich ganz gut. Und wir hätten es gerne mal halten, aber... Ich habe nur na ja gesagt, nicht, weil ich viel weg bin, ich mag, sondern, äh, weil es gar nicht wie still unknown ist. Trivium. Na ja. Wie gesagt, ich komme mit Trivium nicht aus. Bin ich jetzt auch nicht so scheiße, aber... Ist auch nicht so meins. So, in diesem Fall jetzt nicht diesen ein... Was machst du denn? Ja genau, stupst mich stupst mich mal an von hinten. That's what she said, aber... Aber ist ja egal. Komm mal her, Kollege. Jetzt habe ich den angestupst. Von hinten. That's what she said. Äh, aber... Ne, der hat eigentlich nicht. Verdammte Scheiße, das hat mir selbst wieder einen Eingang gemacht. Egal. Dafür bin ich ja bekannt. Uuuuh, oh Gott, ich hasse diese Geldtransport-Teil. Oh, die kommt so. Die kommt so unscheinbar. Uuuuh, so, Ziel. First place bitches. Hehehe. Nice. Na ja, ein bisschen ansehen. 10.000 Dollar, Hongkong-Dollar. Ha, 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 Hongkong. So. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Da sind die Bullen, die soll dann nicht so auf mich aufmerksam bleiben. Fuck. Gott. Entschuldigung, das war's für meinen Gott. Gott. Ja. Warum leuchtet das da so grün? Ach, das Geld. Cool. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Ja, und ich sage bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Tschüss.